Was ist das? WTF? Ja, schlag mich erstmal, schlauer Fuchs. WTF? Moment, die, woanhakgf? Die hielten? Nein, die werden immer random fragt. Die hielten anders, weil sie die Nägel sind von Gegnern. Und es wird gerade durch die Gegend. Ah, nein sie hat Gegner. Moment, hab er knocked dorthin wir pushen da jetzt rein weil wir genockt und so ich hab keine komm zurück komm zurück wo läufst du hin läufst du ins offene raus oder ist hier eine wand keine ahnung ich bin immer auf dem weg weg dem hinterher ich hole die gleich ja kein stress kein stress hä ist mein spiel gerade gefreased oder was jup du bist abgestürzt wow läuft mit dir fx weiter gehe ich nicht mal looten ja natürlich kein zwanger ist natürlich geil in so einem ranked match du kriegst glaube ich trotzdem kein abzug tatsächlich dafür ja 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 weiter Moment, ich muss kurz fighten Bei Fire So, was ist jetzt? Ich dachte, ich hab jetzt knapp über 100 FPS im Menü hier. Ja, ist doch nice. So, oh. Der geht nicht hoch, sondern der geht unten rein oder was? Ich brauche zu retreiten. Ich brauche zu retten, Mann. Du bist jetzt allein. Nein, ich hab's abgebrochen. Ich bin dumm. Komm her, Bloodhound. Reloading. Sie sind nicht weg von da. Nice work. Recharge meine Schilder. Oh, nice. Der hat die Prowler wieder für mich. Mit Bürst. Die waren ja lustig drauf. Ja, wir fighten noch. Wir haben auch schon, also ich hab schon sechs Kill-Beteiligungen insgesamt. Ich glaub, die sind komplett verrückt. Ich hab auch noch zwei Kill-Beteiligungen gekriegt. Ich brauche es nicht. Ich brauche es, danke. Ich brauche es. Whoa, 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 whoa. Now I need it. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ein weiterer Team ist attackiert. Wir sind raus. Wir haben meine Grenade raus. Ich muss meine Schäden wiederholen. Rund 5. Beginn mit dem Countdown. Oh oh. Oh oh, ich wollte nicht so weit. Upsi. Oh oh, wir haben ja keine Deckung mehr so richtig. Yes. Das ist eklig. Oh oh. Oh oh oh. We had some run from behind, right? What? Was denn das für ein Bug? Wo ist der dritte? Der hinter uns war Mann. Okay. Jetzt? Okay. Okay. Oh oh Good job mate, nice Dass du gedisconnectet ist, ist so schade Ja, das ist es Das ist so schade Ja, das war auf jeden Fall auch ein Smurfer Entweder war es ein Hacker oder ein Smurfer Der hat auf jeden Fall deutlich besser geaimt und gespielt als man sollte auf der Elo Wir haben 17 Kills zusammen gemacht